Das Modell von Julie Selman besteht aus fünf Stufen, die wie ein Leh-Ablaufsplan verstanden werden sollten. Das Modell gibt sowohl Anleitungen und Ideen für die Moderation, als auch für die technische Unterstützung der Lernenden. Für den Einstieg ist es ratsam, die Lernenden herzlich zu begrüßen und dazu zu ermutigen, den Lernprozess aktiv mitzugestalten. Das Lehrteam präsentiert sich und regt die Lernenden an, die Plattform aktiv zu erkunden und sich mit ihr vertraut zu machen. Zum Beispiel mit interaktiven Elementen wie Forenbeiträgen, dem Teilen von Vorerfahrungen oder dem Überprüfen von Vorwissen. Damit das in der Praxis gut funktioniert, ist ein reibungsloser technischer Zugang zu Systemen und Tools essentiell. Das Ziel dieser Stufe ist es, die Lernenden daran zu gewöhnen, die Lernumgebung aktiv zu nutzen. Dabei sollen sie die Vorteile des gemeinsamen Lernens erkennen. Virtuelle Meetings und Gruppendiskussionen unterstützen dabei den Austausch und das Kennenlernen. Diese Aktivitäten sind essentiell, um Vertrauen aufzubauen und eine solide Grundlage für die kollaborative Zusammenarbeit zu schaffen. Fachinhalte sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht wichtig. Sie könnten sogar kontraproduktiv sein. Stattdessen ist es wichtig, die Lernenden zum aktiven Mitwirken anzuregen. Gleichzeitig sollte man sicherstellen, dass ihre Beiträge von anderen wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Die Lernenden stellen sich vor, erstellen Profile und teilen ihre Hintergründe. Beispielsweise können die Lernenden Fotos von ihren Lernorten oder kurze Videos über ihre bevorzugten Lernmethoden oder Lieblingslernort hochladen. In der dritten Stufe des Fünf-Stufen-Modells sollen sich die Lernenden daran gewöhnen, Informationen auszutauschen. Damit sollen sie ein gemeinsames Verständnis für die Lerninhalte entwickeln. So werden die Lernenden von reinen Informationsnehmern zu aktiven Mitgestaltern des Wissensaufbaus. Neben der aktiven Beteiligung geht es jetzt um erste Kooperationen unter den Lernenden. Die Materialien sollten in der Lernumgebung leicht zugänglich sein. Entsprechend häufiger werden sich die Lernenden dort aufhalten. Nutzen sie sowohl bestehende als auch neue Lernressourcen. Zum Beispiel wissenschaftliche Quellen, Blogs und Wikis oder andere Texte oder Videos aus Fachcommunities. Neben den fachlichen Materialien sollten die Studierenden auf der Lernplattform auch Anlässe für den Austausch vorfinden. Dazu gehören zum Beispiel explizite Rechercheaufträge, das gemeinsame Lösen von Aufgaben oder die Aufgabe, sich gegenseitig Peerfeedback zu geben. Wichtig dabei, gegebenenfalls benötigen die Lernenden eine technische Einführung für die Fragestellung, mit welchen Tools sie welche Informationen beschaffen können. In dieser Phase sollen die Lernenden in die Lage gebracht werden, ihr Wissen insbesondere auf neue Situationen anzuwenden. Dazu müssen sie Lerninhalte analysieren und beurteilen können. Und dazu müssen sie wiederum Verbindungen zwischen den fachlichen Inhalten und ihren eigenen Erfahrungen herstellen können. Die Wissenskonstruktion wird durch problemorientierte Aufgaben gefördert, die einen Bezug zum Alltag der Lernenden haben. Diese Bezugnahme soll sie motivieren, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Optimal klappt dies, wenn die Lernenden ihr Verständnis aus den verschiedenen Blickwinkeln und Denkansätzen ihrer Peers gewinnen. Hier wird erneut deutlich, wie wichtig die gemeinsame Lernerfahrung für das Erreichen der Lernziele ist. Die rein technische Unterstützung. Sie sind mit der Lernumgebung, den eingesetzten Tools und den Fachinhalten bereits gut vertraut. Lehr- und Betreuungspersonen geben zwar noch einen Rahmen vor, aber die Lernenden benötigen immer weniger Detailanweisungen. Technischer Support konzentriert sich nun hauptsächlich darauf, Online-Diskussionen zu erleichtern und bei der Auswahl geeigneter Tools zu unterstützen. In der fünften und abschließenden Stufe des Fünf-Stufen-Modells geht es um Entwicklung. Jetzt sollen die Lernenden ihre gesamte Lernreise reflektieren. Und sie sollen Pläne für ihre zukünftige Entwicklung machen. Dabei reflektieren sie das Gelernte und die Implikationen des gemeinschaftlichen Online-Lernens. Sie erkennen ihre persönlichen Fortschritte. Und sie bereiten sich auf zukünftige Herausforderungen vor. Der technische Support reduziert sich im Vergleich zu Stufe 4 nochmals. Im Wesentlichen geht es jetzt darum, Hinweise auf weiterführende Ressourcen und Möglichkeiten außerhalb der bisher genutzten Lernsysteme zu geben. Die Lernumgebung wird immer weniger Lehrer zentriert. Die Lernenden übernehmen dafür immer mehr die Verantwortung für ihr eigenes Lernen. Und sie gestalten ihre Lernpfade zunehmend selbst. Ziel ist es, ein Bewusstsein für passende metakognitive Lernstrategien zu entwickeln. Das fördert auch die Entwicklung einer selbstkritischen Haltung. Eine unerlässliche Basis für das lebenslange Lernen. Das 5-Stufen-Modell hilft uns, den Ablaufplan für unsere digitale Lehre aufzustellen. Und es gibt uns Leitlinien an die Hand. Leitlinien, mit denen wir überprüfen können, ob unsere Lernenden die nötige Lernkompetenz entwickeln, damit sie erfolgreich an einem digitalen Kurs teilnehmen können. Es ging der Orientierung und basiert auf Erfahrungen und empirischen Studien. Aber Sie als Lehrende haben immer die Möglichkeit, die notwendigen Anpassungen für Ihren Lehrkontext vorzunehmen. Sie haben die Expertise.